Artikel 1 Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. St. 2 St. 3 St. 3 St. 5 St. 5 Artikel 7 Alla är lika inför lagen och är utan åtskillnad berättigade till lika skydd från lagens sida. Alla är att berättiga till lika skydd mot varje åtskillnad i strid med denna förklaring och mot varje framkallande av sådan åtskillnad. Ardikum warja. Ardikum warja. Alla är lika inför lagen och obviously... Ardikum warja. Ardikum warja. Ardikum warja. Artikel 10 Artikel 10 Artikel 10 Artikel 11 1 Jeder, der wegen einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat das Recht, als unschuldig zu gelten, solange seine Schuld nicht in einem öffentlichen Verfahren, in dem er alle für seine Verteidigung notwendigen Garantien gehabt hat, gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist. 2 Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Ebenso darf keine schwerere Strafe als die zum Zeitpunkt der Begehung der strafbaren Handlung angedrohte Strafe verhängt werden. Artikel 12 Artikel 13 1 Artikel 14 1 1 1 Ieder heeft recht om in andere landen asiel te zoeken en te genieten tegen vervolging. 2 2 Op dit recht kan geen beroep worden gedaan in geval van strafvervolgingen wegens misdrijven van niet-politieke aard of handelingen in strijd met de doeleinden en beginselen van de Verenigde Naties. 1 2 1 2 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 14 15 15 16 15 20 21 22 23 23 23 24 24 25 25 25 25 25 23 25 27 26 27 28 29 23 29 29 30 30 29 Artikel 18 Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. Madde 20 Her şahıs saldırıya uğramadan toplanma ve dernek kurma ve derneğe katılma serbestlisine sahiptir. Hiç kimse bir derneğe üye olmaya zorlanamaz. Artikel 21 1. Jeder hat das Recht an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten seines Landes unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter mitzuwirken. 2. Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern in seinem Lande. 3. Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der öffentlichen Gewalt. Dieser Wille muss durch regelmäßige, unverfälschte, allgemeine und gleiche Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder in einem gleichwertigen, freien Wahlverfahren zum Ausdruck kommen. Artikel 22 J.E.F.A. 1. Pratik-Vektik 2. Pratik-Vektik Artikel 24 Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und regelmäßigen Bezahlten Urlaub. 2. Pratik-Vektik 3. Pratik-Vektik 4. Pratik-Vektik 4. Pratik-Vektik 4. Pratik-Vektik 5. Pratik-Vektik 5. Pratik-Vektik 6. Pratik-Vektik 6. Pratik-Vektik 5. Pratik-Vektik für die Kirche, für die Kunst, für die Kunststoffe und ihre Vorteile und ihre Vorteile. Artikel 29 Artikel 30 Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant, pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501